Am Anfang war der Urknall. Seitdem nahm ihr Universum mit jeder Folge weiter Gestalt ein. Single. Jetzt geht die erfolgreichste Sitcom der Welt. Es hat mir besser gefallen, als ich dachte. Voller Freundschaft. Du hast dein ganzes Leben Zeit, ein Arsch zu sein. Warum nimmst du dir nicht heute frei? Liebe. Ich hatte Schaden 15 Jahre bei mir und er hat mich nur zweimal gebissen. Und Klugschesserei. Das ist das eigennützeste, was du je getan hast. Ich bin stolz auf dich. In die finale Runde. Jedoch egal. Ist es nicht. Alles, was einen Anfang hat. Du sitzt auf meinem Platz. Und auf ein Ende. The Big Bang Theory, die finale Staffel. Ab Montag, 7. Januar, 20.15 Uhr.